Modul 5. Agil bleiben. Wäre es nicht toll, mit mehr Flexibilität in Projekten zu arbeiten? In diesem Modul schauen wir uns agiles Projektmanagement an. Das kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung und baut darauf auf, dass wir die Zukunft ja nicht vorhersehen können und trotzdem mit unserer oft begrenzten Kraft Dinge erreichen wollen. In agilen Projekten ist das Ziel als Vision grob klar, aber Zeitpunkte und Details werden nicht mehr so sehr festgelegt wie im klassischen Projektmanagement und werden im Laufe des Projektes gerne mal angepasst. Agiles Arbeiten baut dabei auf vier Grundsätze auf. Nummer 1. Vertrauen. Wir vertrauen den Menschen, mit denen wir arbeiten und müssen nicht jede Kleinigkeit kontrollieren. Nummer 2. Lernen. Wir geben uns stets die Mühe, zu lernen, besser zu werden und unsere Arbeit immer wieder zu reflektieren. Nummer 3. Bescheidenheit. Wir können nicht vorhersagen, wie die Zukunft genau aussehen wird. Wir wissen, dass Pläne sich ändern müssen. Und Faulheit. Wir wollen so wenig Aufwand wie möglich haben, um unser Ziel zu erreichen. Schließlich als Ehrenamtliche. Wir haben einfach begrenzte Zeit. Anstatt einer langen Planungsphase vor Beginn des Projektes arbeiten agile Projekte oft iterativ, das heißt in Schleifen. Solche Schleifen sind bewusst kurz gehalten, manchmal nur zwei Wochen, und stehen unter der Frage, was wollen wir uns jetzt vornehmen, um das Projekt voranzubringen. Die Idee ist, dass am Ende jeder Schleife ein fertiger Prototyp oder ein abgeschlossenes Teilprojekt steht, das anderen gezeigt werden kann. Und auf der Grundlage wird gemeinsam reflektiert und mit den Erfahrungen das nächste Teilprojekt angegangen. So eine Schleife profitiert von einem definierten Projektrhythmus, vielleicht monatlich oder alle paar Wochen. Am Anfang habt ihr immer ein dezidiertes Treffen, um die letzte Projektschleife abzuschließen, von ihr zu lernen und die nächste zu planen. Dazwischen gibt es dann oft kürzere Treffen oder Update-Formate. Manchmal sind die auch nur schriftlich. Schaut für euch ins Projekt. Was für ein Rhythmus passt gut für eine solche Zwischenplanung und Retrospektive? Agile Projekte haben auch ihre eigene Art entwickelt, den Projektfortschritt zu visualisieren, damit Projekte auf Augenhöhe umgesetzt werden können. Das ist dann besonders hilfreich, wenn manche Leute weniger Zeit ins Projekt stecken können als andere und damit in der Praxis schnell abgehängt werden. Es geht darum, auf einen Blick erfassen zu können, wo stehen wir gerade. Das wichtigste Werkzeug ist dafür das Kanban-Board. Das ist im Prinzip eine Reihe von Spalten mit verschiedenen Karten, zum Beispiel To-Do in Arbeit erledigt. Je nachdem, was ihr braucht, könnt ihr auch weitere Spalten hinzufügen. Das Backlog oder den Aufgabenspeicher, wo dann alles drinsteht, was irgendwann gemacht werden muss. Eine Spalte für Aufgaben, die gerade auf Rückmeldung warten, zum Beispiel. Eine für wichtige Informationen zum Projekt. Oder eine Spalte für offene Fragen. Wie gesagt, eine Seite zum Überblick. Eine wichtige Regel für Kanban-Boards ist dabei, begrenzt, wie viele Dinge ihr gleichzeitig tut. Pro Person maximal drei Aufgaben. Und dann lieber eine Aufgabe fertig machen, bevor ihr die nächste anfangt. Das Schöne an so einem Werkzeug wie einem Kanban-Board ist, man kann es gemeinsam für Projekte nutzen, aber auch nur für sich selbst. Deshalb ist eure Anwendungsaufgabe heute, ein Kanban-Board aufzusetzen. Entweder für euer Projekt oder für das, was für euch selbst gerade ansteht. Für den gemeinsamen Fokus nutzen agile Projekte oft Sprints. Das ist im Prinzip die Vereinbarung, sich für einen festen Zeitraum gemeinsam auf ein bestimmtes Teilprojekt zu konzentrieren und in der Zeit nichts anderes zu machen. In so einem selbstorganisierten Kontext geht das leider oft nicht besonders lange. Aber probiert mal, euch mit ein paar Leuten einen Nachmittag lang gemeinsam an die Arbeit zu machen und schaut, was ihr da alles geschafft kriegt. Absprachen und Übergaben werden einfach so viel einfacher, wenn der Fokus schon da ist. Wichtig dabei ist, ein Sprint ist kein Treffen. Es geht darum, ganz praktisch Aufgaben abzuarbeiten. Gemeinsam im selben Raum oder auch gemeinsam im selben Online-Meeting.